Ich höre Schnauze hier. Schnauzken. Scheint finde ich hier eigentlich auch richtig. Das ist echt sinnlärerend aufgebaut. Ich höre die Schnauze. Ich höre die Schnauze. Ich höre die Schnauze. Ich schaffe es nicht mal, das Bauglötzchen hochzuhüpfen. Ah, nose, eye, lips. Oh, that's the more I can't see. No, that's the more I can see. Oh, very close to the other one. Aw, that's what I can find. Hmm. Huh. Ich muss es immer wieder sitzen, ja... Ich muss es immer wieder sitzen, ja... Hm. Wo ist sie denn? Ich hab sie hier so... so schön! Was war ich doch gerade da? Was war ich doch gerade da? Ah, nein! Du spät! Komm! Kann ich nicht mehr raus? Wie? Kann ich nicht mehr raus? Okay, wir nehmen ihn jetzt! Wir nehmen ihn jetzt! Wir nehmen ihn jetzt! Wir nehmen ihn jetzt! Was? Dabei hatte ich gerade noch so Lust, alles zu spielen! Irgendwie ist gerade die Lust so geschlafen! Ich bin ganz komisch und plötzlich! I'm out! Ich bin ganz komisch! Ich bin ganz komisch! Ja? Ich bin ganz komisch! 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 Oh Gott. Das ist okay. Das war's. Ich mag das zu neveren nicht. Was ist das hier? Oh Mann! Ich will dich... Ich will dich doch retten. Ich will dich nicht. Ich ziehe dich das Ding, oder? Guck mal, was mir das bringt, das zu tief. Ich mache das Ding, oder? Ich mache das Ding. Ich mache das Ding. Ich mache das Ding. Und ich mache das Ding. Ah, ich bin leer. Aber, 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 nein. Wie komme ich da hin? Ich sehe es doch. Das war eigentlich nicht. Und er war gemein. Dr. Wilson lässt sich nicht zum Narren halten, Alice. Die Disziplin muss aufrechterhalten werden. Reinlichkeit ist zweitrangig. Was immer du dir unter elektrischem Strom vorgestellt hast, ist nur die halbe Wahrheit. Er kann ein überzeugender Lehrer sein, streng gewissenhaft fordernd. Ich schaff das. Ja, ich muss wieder nach hinten rennen. Klar, weil ihr da kein Speichrauben könnt. Wäre auch viel zu schwer geworden. Mal gucken, wie viel Müll am Ende fiel. Oh, Baby. Ah. Du bist keine Katze, meine Liebe. Du hast nur dieses eine Leben. Ja. Sei bitte vorsichtiger mit dem Schnitzmesser. Schnitzmesser. Ab, 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 girls. Gut, dass ich da freundlich war. Das wirklich Gesuchte wird meist gefunden, wenn es denn findbar ist. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach so. Ach zero. Ach so. Hm-hah. Hier Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde erst so reingekommen. Ich werde so reingekommen. Ich werde so reingekommen. Wo komme ich denn, wenn ich dich betätige? Was passiert dann? Du hast solche Dinge. Auf. Ich werde so reingekommen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.